Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Max Heere, Athen Das letzte Album von Max Heere, Hallo Welt, erschien 2012 und liegt somit schon mehr als sieben Jahre zurück. Nun ist es an der Zeit für sein viertes Soloalbum. Athen beinhaltet 13 Tracks, Features kommen unter anderem von Trettmann, Megalo und Ioni. Das Album kommt über Lesedi Musik und erscheint als CD, als Buch und auch als Vinyl. Rapido, Messias 2 Rapido trat erstmals bei Battle-Turnieren wie dem VBT oder dem JBB in Erscheinung. Der Albumtitel Messias heißt übersetzt so viel wie Der Gesalbte. In der Bibel ist damit der rechtmäßige, von Gott eingesetzte König gemeint. Rapidos letztes Album, Messias, erschien Anfang 2016 und ist somit schon mehr als drei Jahre her. Messias 2 kommt mit 17 Tracks und beinhaltet Features von Kriegs und Skis. Das Album kommt über Rekordjet und erscheint als CD. Summer Jam, nur noch nice. Das Jahr 2018 dürfte es so wie sein letztes Album Endstufe das erfolgreichste seiner Karriere gewesen sein. Für den Mönchengladbacher ist das jedoch kein Grund eine Pause einzulegen. Nur noch nice beinhaltet 21 Tracks, Features kommen unter anderem von Bowser, Farid Bang und Haftbefehl. Das Release kommt über Bangermusik und erscheint als CD und auch als Box. Green Smaragd Plus Im Juni diesen Jahres releasste Green mit Smaragd sein zweites Album. Nach nicht einmal einem halben Jahr kommt der Mannheimer nun mit der Erweiterung. Smaragd Plus beinhaltet 8 Tracks und keine Features. Das Release kommt über Irie Vibrations und erscheint als Bundle. Johnny Dixon, World Dixon Johnny Dixon wurde bekannt durch Battle-Turniere wie das VBT und das Julians Block Battle. Nach diversen Free EPs ist es nun an der Zeit für sein Debütalbum. World Dixon kommt mit 12 Tracks und beinhaltet Features von Damon, Reportagen und Gary Washington. Das Album kommt über KRB Mode und erscheint als Box. Young Huan, Ypsilon Obwohl der junge Rapper schon einige Jahre musikalisch aktiv ist, wurde erst vergangenes Jahr sein erstes Soloalbum, 1220, veröffentlicht. Jetzt ist es an der Zeit für Album Nummer 2. Ypsilon beinhaltet 13 Tracks, Features kommen von Reezy und Fergie 5.3. Das Album kommt über Live From Earth und erscheint als CD, als Bundle und auch als Vinyl. Block Monster und Smokey – Zu hart für den Start Das letzte Kollabo-Album von Block Monster und Smokey – Zu hart für den Markt erschien im Jahr 2012 und liegt somit auch schon sieben Jahre zurück. Höchste Zeit also für das Nachfolgealbum der beiden Berliner. Zu hart für den Start kommt mit 19 Tracks. Features kommen unter anderem von Cracky Valley, Monami und Racco. Das Album kommt über Hirntod Records und erscheint als CD. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.